1440 1540 1540 60 62 63 63 64 64 JOKSCHEIN BELT! Ja, was muss ich sagen? Ich habe mich schon gewundert, wo die alle sind. Bleiben Sie einfach ruhig. Wenn Sie nichts unternehmen, nichts tun, wenn wir einen Anschlag auf die Grünen Bürgermeisterkandidaten verüben, bekommen Sie Ihre Familie noch heute und Mitternacht wieder. Ja, dann mache ich das mal. Tschüss. Ja? Papa, hier ist Lilly. Lilly, wie geht's dir, Schatz? Geht's dir gut? Ja, es geht uns gut. Die Behandlung ist gut. Alles klar. Okay, wir sehen uns dann später. Ähm, stimmt das, dass du und Mama entführt worden sind? Ja. Okay, alles klar. Bis später dann. Tschö mit Öl. Ja, was ist denn? Es wäre wirklich schön, wenn Sie nicht andauernd auflegen würden. Was ist denn jetzt noch? Wir haben Ihre Familie. Das haben wir nun bewiesen. Aber kein Wort an die Polizei. Ha, Polizei. Kommen Sie schnell, da hinten wird eine Bank ausgeraubt. Ah ja, Diebstahl also. Ja, da können wir nicht viel machen. Am besten, Sie geben uns Ihre Besicherungsnummer, wie wir sie erreichen können, aber wenn das Geld nicht irgendwo abgegeben wird, dann bin ich echt schwarz für Sie. Das ist für uns wie... Das Auto steht hier über der Linie. Ich brauche Verstärkung, Leute. Dann kamen Hubschrauber und Panzer und dann war da so ein kleiner Hund, den habe ich gestreichelt. Ja, eine Ruhe in der Geschichte. Also wir verstehen uns. Keine Ponente. Schönen Tag noch. Ja, okay. Tschüss. Scheiße. Jetzt bin ich hier also in der Schule meiner Tochter Lilly, um die Lehrerin zu fragen, ob sie etwas Verdächtiges bemerkt hat, bevor Lilly entführt wurde. Es ist gut, dass ich mir das noch einmal gesagt habe. Frau Bischel, ich bin... Kopf-Tuch! Jetzt habe ich meinen Tochter anruiniert. Was soll ich denn jetzt die Miete bezahlen? Es fällt Ihnen ein, in der Schule ein Kopftuch zu tragen. Sie können doch unsere Kinder nicht in Ihrem Glauben beeinflussen. Das finde ich aber auch. Was? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Jason Landwirt. Meine Tochter Lilly geht in Ihre Klasse. Lilly Landwirt, was für ein beschissener Name. Und jetzt ist meine Familie entführt worden. Deshalb wollte ich Sie fragen, haben Sie vielleicht was gesehen? Ja, 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 natürlich. Da fällt mir doch einig. Ich muss nur schnell was aus meinem Wagen holen. Aber du bist doch mit dem Fahrrad hier. Ja, ja, ich... Ich meinte, ich will was aus meinem Fahrrad holen. Viel Spaß mit meiner Wombe, ihr Trottel! Tja, das sind wohl die Aschenbecher. Mach gut. Oh, schön. Diese Lehrer wird irgendwie verdächtig. Moment. Frau Bissier wird dann nicht noch verdächtiger. Ich werde sie verfolgen. Und zwar jetzt gleich. 3, 2, 1 und weg. Musik Als ich den Punker fand I'm so tired of playing Playing with this bow and that rope Gonna give my heart away Leave it to the other girls to play I've been a Nein, bitte nicht! Tja, tja, tja Grüne Bürgermeisterkandidate Ich habe auch einen Namen Das ist egal, ich werde dich jetzt erschießen Du hast zum letzten Mal grün ge... Tja, tja, tja Nein, bitte, erschießen Sie mich nicht Doch, das werde ich und zwar jetzt gleich Was ist noch? Kann nicht mehr lange dauern Ich zähle es 3 1 2 2 2 1 2 3 Was? Was? Langfüll ist es auf den Fersen! Mist! Gerade wo ich sie erschießen wollte Ist dir jemand gefolgt? Ja Haben Sie meine Familie entführt? Ja Scheiße! Fragen Sie mich nochmal! Fragen Sie mich nochmal! Haben Sie meine Familie entführt? Ja! Bitte noch einmal, noch einmal! Ich weiß das, ich kann das! Haben Sie meine Familie entführt? Nein! Doch! Es reicht mir aber! Ist das die grüne Bürgermeisterschaftskandidatin? Ich habe auch einen Namen! Ja, kann sein, bin interessiert's Ich werde sie aber erschießen und daran kann niemand was ändern! Das werden wir ja sehen! Wo ist meine Familie? Ich bin hier! Schatz, du bist die grüne Bürgermeisterkandidatin! Das habe ich dir 10 Mal erzählt! Ja, kann sein, ich gebe den Jungs Kegel! Achso! Halt! Niemand rührt sich oder ich erschieße euch alle! Damit kommen sie nie im Leben durch! Doch, komm ich! Ich habe eine unterschriebene Ruhendenbesitzung! Ich hätte Kofianna nicht das nennen dürfen, was ich Ihnen genannt habe! Ja, das macht sie nie! Warum verraten Sie mir das? Weil ich die alte Angeberin hasse! Das habe ich gehört! Aber warte nur! Ich habe meine gnadenlose Killerin! Ja, lass mich es tun! Lilly! Ja, da hast du nicht gerechnet! Ich bin die Verräterin! Die was? Achso! Du hattest einen Verräter in deinen Reihen, der hat im Büchlein ganz erzählt, was du als nächstes machst! Das war ich! Okay, Junges Fräulein, ich hoffe, du weißt, wie sich das auf die Anzahl deiner Weihnachtsgeschenke dieses Jahr auswirken wird! Das ist mir doch egal! Hauptsache, ich kann die grüne Bürgermeisterschaftskandidaten! Ich habe auch einen Namen! Für dich, Mama! Für sie nicht! Egal! Fährt euch! Erschießen! Nein, warte, warte, warte! Jetzt weiß ich, was das hier ist! Heute ist mein Geburtstag! Und ihr verarscht mich! Meine Lisa-Teams sind alle meine Freunde, um mich zu überraschen! Das ist ein fucking Toilet! Oh! Fucking no! The toilet is over there! Fuck! Thank you, Cocksucker! Fucking bye! Ich habe mich tief gewickelt, Papa! Du hast ja keine Freunde! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Okay! Papa! Müssen wir dieses Theater wirklich nächstes Jahr machen? Ja! Du hast ja keine Freunde! Komm! Komm! Komm!